In ihrem Darm befindet sich ein spezielles Ökosystem von Bakterien. Ein Mikrobiom. Ein gesundes Mikrobiom kann eine immense Wirkung auf ihre allgemeine Gesundheit haben. Jedoch wirken schlechte Ernährung, Umweltverschmutzung, Stress, Schlafmangel, Parasiten und mehr schädlich auf ihr Mikrobiom. Die Förderung guter Darmbakterien hilft der Genexpression im Körper korrekt zu funktionieren, was zu einer besseren allgemeinen Stoffwechselgesundheit führt. Durch die Verwendung modernster Wissenschaft geht Unicity wieder wegbereitend in die Zukunft der Stoffwechselgesundheit mit BIOS 7 zur Förderung optimaler Darmgesundheit. Basierend auf Unicitys Erbe der BIOS Live Produkte, die Millionen geholfen haben, Blutzucker und Verdauung zu verbessern sowie Gewicht zu verlieren. BIOS 7 nutzt unsere Genomaceutical Technologie durch das Verschmelzen einer proprietären Mischung von Präbiotika zur patentierten Fibermatrix, zur patentierten Fibermatrix. Die Einführung von Präbiotika in die BIOS 7 Formel hilft, die schlechten Bakterien zu verringern und Anzahl sowie Vielfalt der guten Bakterien zu erhöhen. All dies bei gleichzeitiger Förderung gesunder Blutzucker und Blutlipidspiegel sowie Verreicherung ihrer allgemeinen Stoffwechselgesundheit. Unicity wird von der Überzeugung motiviert, dass die Verbesserung der Stoffwechselgesundheit zu einem besseren, erfüllteren Leben führen wird. Mit BIOS 7 befindet sich Unicity weiterhin an vorderster Front bei der Bereitstellung modernster Lösungen, die ihr Leben verbessern.